Aber wie interessant ist der Tom Weiland für euch? Das ist ein guter Spieler. Der Vertrag läuft ja aus in Fürth. Das kann ein Thema werden. Der hat einen Berater, der mit euch ja schon bis öfter gut zusammengearbeitet hat. Ist das so? Dann lassen wir uns doch mal überraschen.